Hallo zusammen, ich möchte euch heute mal mein absolutes Lieblingsprodukt vorstellen oder eines meiner absoluten Lieblingsprodukte und zwar geht es hier um das Age Lock Future Serum und das ist, ja, ich nenne es immer den absoluten Ferrari unter den Gesichtspflegeprodukten und ja, was das Future Serum so besonders macht, werde ich jetzt euch mal zusammenfassen. Das Future Serum ist das innovativste Anti-Aging-Produkt von NuSkin und liefert deiner Haut die maximale Konzentration an Age Lock Wirkstoffen. Age Lock bedeutet nichts anderes als, das Alter einfach wegzusperren und genau das kann diese kleine Zauberwaffe, denn es geht gezielt auf die Quellen der Hautalterung ein und sorgt eben dafür, dass dein jugendliches und straffes Hautbild bewahrt wird und dass eben die Zeichen direkt an der Quelle der Hautalterung behandelt werden. Generell ist zum Ganzen sowieso noch zu sagen, warum benutze ich eigentlich ein Serum und warum reicht mir keine Creme? Ihr müsst euch vorstellen oder so erkläre ich es immer meinen Kunden, eine Creme ist zum Schutz für alle Äußerlichkeiten. Also ihr cremt euer Gesicht ein, es legt sich quasi wie ein Schutzschild auf eure Haut und versorgt eure Haut natürlich auch mit dem, was ihr braucht. Das Serum, das Age Lock Future Serum oder auch alle anderen Serien gehen halt tiefer in die Hautstruktur rein und schützen nochmal in einem ganz anderen Bereich und in einem ganz anderen Level, weil es eben durch die Konsistenz super fein molekular ist und somit viel, viel tiefer eindringen kann. Und das geilste, die Age Lock Wirkstoffe wurden ja oder sind ja von NuSkin patentiert worden und klinische Studien haben bewiesen, dass ihr mit dieser Wunderwaffe hier eure Kollagenproduktion um sage und schreibe, und das ist jetzt kein Witz, 150% stimulieren könnt. Ja, tatsächlich. Also das ist ein absoluter, absoluter Booster für die Haut. In seiner Konsistenz ist es wirklich super, super weich, angenehm, samtweich, würde ich schon sagen, wenn ihr es auftragt. Und das spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ich habe es jetzt tatsächlich das erste Mal mir bestellt gehabt, habe es aufgebraucht und werde es Dienstag direkt in mehrfacher Ausführung nachordern, weil ich wirklich absolut begeistert davon bin. Und das ist ja meistens so, wenn man dann ein Produkt hat, was man liebt, geht man es auch nicht mehr wieder her. Und genauso ist es wirklich auch hiermit. Nachweislich ist bewiesen, dass es in nur fünf Tagen eure Hautoberfläche glättet und wirklich euch ein ganz anderes Hautgefühl schenkt. Viele von uns haben mit fleckiger, fahler, ungleichmäßiger Haut zu kämpfen oder auch einige Stellen im Gesicht eben, die so wirken. Und dadurch, dass ihr hier aufhellende Bestandteile mit drin habt, könnt ihr dem Bomber entgegenwirken. Und nicht nur das, ihr glättet eure Fältchen, ihr glättet eure Linien und kommt da wirklich auf ein ganz, ganz anderes Level. Die hautaufhellenden Bestandteile, die ihr hier drinnen habt, sorgen nicht nur für ein strahlenderes und frischeres Gesamterscheidungsbild, sondern, und jetzt kommt es, ihr Lieben, sie helfen eben auch, die Melaninproduktion, welche in unserer Haut stattfindet, zu unterbrechen. Was dafür zuständig ist oder Schuld daran hat, sozusagen, dass wir diese dunklen, unschönen Hautstellen bekommen im Gesicht, nicht Verfärbungen einfach. Und auch hier spreche ich aus Erfahrung, denn ich habe auf meiner rechten Wannseite einen, ja, ich würde sagen, 5 Cent großen Pigmentflecken gehabt, der auch, sobald ich in die Sonne gehe, ohne Schutz oder wie auch immer, noch zum Vorschein kommt. Aber ich habe es wirklich in den Griff gekommen mit dem Boost und mit dem Serum. In Kombination muss ich wirklich sagen, ich bin ungeschminkt, habe nichts drauf, habe mich heute nur abgereinigt. Und ihr seht, der ist wirklich kaum noch zu sehen. Also wirklich kaum noch da. Ich würde mal fest behaupten, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich euch sage, dass es der absolute Ferrari ist unter den Pflegeserben. Übrigens, was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, ihr könnt, wenn ihr dazu neigt, dass eure Poren vergrößert sind, könnt ihr diese damit auch verfeinern zusätzlich. Und euer natürlicher Feuchtigkeitsgehalt in eurer Haut wird dank stimulierender Hyaluronsäure, welche dort mit drin ist, auch nochmal um ein vielfältiges, ja, erhöht einfach. Muss man einfach mal ausprobiert haben. Und jetzt habt ihr ja wirklich noch bis Montag die Möglichkeit, das Produkt minus 20% zu ergattern. Und das ist echt, also ich kann es jedem empfehlen. Und ich sage euch, wenn ihr es einmal getestet habt, kommt ihr nicht mehr davon los. Also das ist wirklich Suchtgefahr, ganz groß geschrieben. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch immer, wie immer, an euren Berater, eure Beraterin. Und ganz, ganz wichtig, auch hier solltet ihr wirklich euch tatsächlich beraten lassen, damit ihr auch gucken könnt, ob das Serum für euren Hauttypen geeignet ist oder ob man vielleicht auf eine andere Alternative zurückgreift. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag euch weiterhin.